Musik You could get high or you could get low You could stay young or you could grow old Let it go Cause I'm a girlfriend broke Musik 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 Sein Gegner vorhin schon bei Batouba, der trickreiche Franzose von Sturmracing auf der Suzuki, Nikola Rova. Mit der Startung O4, DIGA PROCORS USQUARNER aus Deutschland. NICHT! Die Goldene Startung O1, 326 Punkte, 4-Tages-Siege, 2 Königstiefel, Spielergruppe, NX-Jones-Weich-Floodruck, Nikola Rovichie! DIGA PROCORS USQUARNER Mit der 570er aus den USA, auf der Stop-Macing-Sulogie, Nikke Schmidt! DIGA PROCORS USQUARNER 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 Ende mit dem Matto sein Boris Meyer. Die 48 gestern um einen Platz das Podium verpasst. Das Gold-Power für Suzuki, der ist noch Magda. Unser Herr Ausforderer mit der 20 Suspension Suzuki mit der 250er Yannis Irsuti. Und last but not least die Dieter Feil Kawasaki vom Mann aus Paris von Kunti von Saar. Ready, steady, go! Liverpool, stand on, go, go! Go, ready, ready! Liverpool, stand on, go, go! Ready, steady, go! Ready, steady, go! Auf Wiedersehen! In dieser Klasse ist der HVAC SX-Kandion bereits entschieden zugunsten von Tyler Mauer seit gestern Abend. Aber der US-Millikaner hat ein Ziel. Er will dann eben natürlich auch noch den Königstitel. Deswegen hat er heute extra AMA O2 ausgelassen, ist hier nach Dortmund gekommen, um morgen die fette Prämie abzuholen. Also muss er jetzt hier Gas geben. Das geht heute beim X-Lib. Gestern mit Jetlanger ein bisschen eingegangen. Oder hat sich Laurent Régier gestern zweiter wieder so weit bekrabbelt, dass er erneut endlich zum Podium gehen kann? Oder gibt es eine Überraschung von einem anderen? Oder vielleicht Tori? 5 Sekunden! 2 Sekunden! 1 Sekunden! 2 Sekunden! 5 Sekunden! 5 Sekunden! 0-0 Millen! 4 Sekunden Per必oden! 0-0 Million! Der Tori hat den Glück, aber Mauer macht den Punkt entwinden! Und TORI! 1 Sekunden! Omer, gleich schon der Angriff von Rézé, brutal gegen Thuri. Das war schon frech, was der Franzose da gemacht hat. Der Thuri liegt in zwei Jahren und jetzt heißt es für Thuri auch Nussel, denn Omer versucht den gleichen Trick. Aber der Deutsche schlägt zurück und im nächsten Platz wurde rein. Aber die drei bleibt dran, aber Schmidt auf fünf, Bayan ist sechster. Vorher aber Fowers, schon, bitte, sieh auf und davon. Omer, alles gut. Thuri hat sich jetzt ein bisschen versoppt und Thuri hat hier WIG-RG 3-3-1. Und Bauer ist, ich sage mal, der ist durch hier. Dass der für einen Zeltpunkt an Schreck komplett andere Liga, das sieht hier auch gut aus. Und Thuri, der kann sich noch nicht sicher fühlen, denn Bauer und auch Nussel, machen dadurch nach Bayern gestern den 67-27. Versuchen wir natürlich auch noch, den Anschluss zu halten. Wir schauen auf die Rundenzeiten, ja. Und da ist nach Bauer ist die 75, den Schiff zu überschneiden unterwegs. Und Thuri kommt einfach mit von Seiten zu folgern. Super stark, die 3 Omerholt. 1 und 2, 1 ist da, aber das dauert doch. 16 Wunder noch. Der von Thuri kann hier nur 2-2-3 springen. Sturz und vom Irr-Soutin. Und dann blicken wir jetzt in die Runden. Die 1, die 4, die 3, die 75. Das unsere Bundeskandidaten aktuell. 5 Wunder absolviert, 6 jetzt. Blick auf die Rundenzeiten. Ich gehe 29, der 1. Thuri halbe Sekunde schneller, aber noch schneller ist die 3. Der 1 ist Omerholt. Auch der Franzose mit den 3 Wildern. Jetzt Thuri. Der 1 ist der Mann von Rége. Thuri ist der andere Rhythmus. Bleibt hinter der goldenen 1. Jetzt muss man mal aufpassen auf die 3. Ich hätte es auch sehr stark. So, Thuri jetzt außen. Rége innen. Na, Rége, der Fuß. Wechselt hier wieder die Linie. Kreuz die Linie. Thuri. Na, sehr fair von Thuri. Sehr fair von Thuri. und Thuri berührt die Schee. Jetzt war er auf. Super Manöre von Thuri. Und Thuri muss jetzt kämpfen gegen Omer. Während Thuri hier einen super Lauf gemacht hat. Da hat man aufpassen. Vielen Dank.